Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, das James Webb Teleskop hat zum ersten Mal eine protoplanetare Scheibe fotografiert. Das was ihr hier seht in diesen beiden Bildern, einmal bläulich, einmal rötlich, das sind verschiedene Frequenzbereiche. Die zeigen uns eben ein Trümmerfeld um einen Stern herum. Das heißt also, der Stern ist bereits fertig, er fusioniert Wasserstoff und jetzt geht es eben in die Phase der planetaren Entstehung. Das heißt, dort entstehen jetzt größere Objekte. Zunächst einmal Asteroidengröße, dann Zwergplanetengröße und dann irgendwann mal auch größere Objekte. Die Frage ist, die Entwicklung von Planeten generell, das heißt also, was beeinflusst unter anderem auch die Verteilung von Planeten in solchen Systemen. Und eins ist klar, wenn ein Planet sehr schnell Masse gewinnt und auch größer wird, hat er einen Einfluss auf die Verteilung von Materie in dieser protoplanetaren Scheibe. Und das beeinflusst dann auch die weitere Entstehung zum Beispiel auch von Gesteinsplaneten. Also wenn am Anfang ein größerer Planet entsteht, dann irgendwann mal in der Lage ist, große Mengen Gas zu halten, zum Beispiel unsere Gasplaneten, Saturn, Jupiter, dann wird er einen bestimmten Bereich in dieser protoplanetaren Scheibe freiräumen an Masse und Materie. Das fehlt natürlich dann für die Entwicklung von anderen Planeten in ähnlicher Größe. Dass wir jetzt zwei Gasplaneten oder zwei große Gasplaneten in unserem System haben, hat mit Sicherheit auch einen Einfluss darauf gehabt, wie sich Planeten im inneren Sonnensystem entwickeln. Das heißt also die Gesteinsplaneten, die wir kennen. Und das ist ein sehr interessanter Ablauf. Und genau das untersucht man hier mit dem James Webb Teleskop. Ja, eine faszinierende Aufnahme, die wir hier sehen. Aber wie schaut es denn jetzt da wirklich aus in einer solchen protoplanetaren Scheibe? Nun, ihr kennt ja das Programm, welches ich immer verwende, Universe Sandbox. Und da können wir uns sowas mal ein bisschen anschauen. Das heißt also die Verteilung von Materie und unter anderem auch den Ablauf, der dann unter anderem für die Entstehung von Planeten verantwortlich ist. Und ja vor allem, was passiert denn eigentlich, wenn ein großer Planet entsteht? Und wie schaut es dann mit der Materieverteilung innerhalb einer solchen Scheibe aus? Sehr interessant, was dieses Spiel in Anführungsstrichen uns zeigen kann und wie ähnlich das dem ist, was wir da draußen unter anderem beobachten können. Nun, zunächst einmal viel Materie, sehr viele kleinere Objekte, die sich um einen Stern herum bewegen. Und da ist auch sehr viel Dynamik drin. Denn es gibt natürlich verschiedene Abläufe in diesem Sternensystem. Unter anderem den Sonnenwind, der Materie nach außen schiebt. Dann die Gravitation generell. Das heißt also, Materie bleibt auch in der Nähe des Sterns. Und ab welcher Größe von diesen Brocken hat der Sonnenwind dann nicht mehr diese Fähigkeit, plötzlich alles wegzuschieben. Das heißt also, bezüglich der Entwicklung von Gasplaneten in der Nähe von Sternen und so weiter und so fort. Wie sind da die Abläufe? Entstehen Gasplaneten zum Beispiel generell weiter draußen im System und wandern dann rein? Wie schaut es aus bei der Entwicklung von Doppelsternsystemen? Muss da erst ein Stern fertig werden, damit ein anderer entsteht? Entstehen die gleichzeitig? Treffen sie sich irgendwann mal? Das heißt also, genau diese Abläufe versucht man dann auch zu erklären, indem man zum Beispiel auch mit dem James Webb Teleskop solche protoplanetaren Scheiben betrachtet und die generelle Varianz in der Entstehung von Sternensystemen dann untersucht. Natürlich irgendwann mal wird in diesem System auch ein Planet entstehen. Das heißt also, wenn genügend Masse vorhanden ist und Materie vorhanden ist, dann wird irgendwann mal sowas entstehen. Das können wir mittlerweile auch sicher sagen, denn wir haben nicht nur protoplanetare Scheiben untersucht, sondern unter anderem auch Sternensysteme, in denen es Planeten gibt. Nämlich zum Beispiel mit der Transitmethode, mit der Radialgeschwindigkeitsmethode, also mittlerweile tausende Planeten und ja doch einen ganzen Haufen auch Gesteinsplaneten, die sogar in einem Bereich im Sternensystem sind, wo man sagen kann, naja, könnte schon so ähnlich sein wie die Erde. Aber ja, für diese Erdähnlichkeit oder für einen Planeten, der genauso ist wie die Erde, haben wir bis jetzt noch keinen direkten Hinweis. Und diese Abläufe, die am Anfang in einer solchen protoplanetaren Scheibe ablaufen, sind auch teilweise destruktiv. Das heißt also, aus unserer Sicht wohlgemerkt, aber am Ende ist es notwendig, dass es zu Einschlägen kommt. Bei uns zum Beispiel, in unserem Sternensystem gab es Phasen von sehr hoher Einschlagsaktivität, auch auf unserem Planeten und dann wieder Phasen, in denen es zu weniger Einschlägen gekommen ist. Am Anfang natürlich geht es richtig rund, logischerweise. Da entstehen Planeten, die kollidieren sogar miteinander und bilden dann größere Planeten und so weiter und so fort. Also da ist richtig Action, bis sich das Ganze dann mal ein bisschen harmonisiert. Aber auch im späteren Verlauf der Entstehung eines Sternensystems oder des Lebens eines Sternensystems kommt es immer wieder zu Abläufen, die eher destruktiv sind. Aus unserer Sicht wohlgemerkt. Ja, irgendwann mal wird dann wohl auch in einem solchen System vielleicht ein Gasplanet entstehen, zunächst einmal ein kleiner und das hängt mit der Masse zusammen. Also wenn die Masse mal groß genug ist, dann kann auch flüchtiges Material gehalten werden, unter anderem Wasserstoff, Helium, andere Gase, die in unserer Atmosphäre sich nicht anreichern. Aber bei solchen Gasplaneten ist das eben dann der Fall und die wachsen dann relativ schnell zu einer beachtlichen Größe heran. Wenn wir jetzt mal ein System nehmen und mal einen großen Gasplaneten da reinsetzen in eine solche protoplanetare Scheibe, dann sehen wir plötzlich, was da passiert. Also guckt euch den äußersten Kreis an, die äußerste Umlaufbahn. Das ist ein Planet mit einer Jupiter-Masse. Dann seht ihr mal, welche Wellen der da wirft. Das heißt, da ist schon etliches an Dynamik drin und vor allem auch, es wird Materie auch ins innere Sternensystem verfrachtet. Also diese Welle, die hier entsteht, erzeugt unter anderem Verdichtung im inneren Bereich des Sternensystems. Da ist eben jetzt die Frage, sind Gasplaneten auch mitverantwortlich oder zum Beispiel war der Jupiter mitverantwortlich für die Entstehung von Gesteinsplaneten im inneren Bereich unseres Sternensystems? Inwiefern hat er die Materie innerhalb des Sternensystems so beeinflusst, dass das dann so geworden ist, wie es momentan ist? Und ja, wenn wir uns solche protoplanetaren Scheiben anschauen, auch mit Teleskopen, dann stellen wir fest, ja, sowas gibt es. Genauso wie ihr das jetzt hier in dieser Simulation seht. Solche Verwerfungen innerhalb der Materieverteilung, die gibt es tatsächlich, die kann man beobachten und das deutet auch darauf hin, dass die Entwicklung von Planeten je nach Geschwindigkeit und Anwachsen von Masse eine große Bedeutung hat für die Verteilung unter anderem auch von Materie, die für Gesteinsplaneten dann wichtig ist. Wenn wir jetzt mal einen Stern nehmen und eben auch die habitable Zone dann hier mit einfügen in diese Simulation, dann ist es natürlich interessant, wandert genügend Material in diese habitable Zone, um dort einen Planeten zu bilden. Das ist eben auch die Frage, wie ist die generelle Verteilung von Gesteinsplaneten innerhalb von Systemen und unter anderem auch Abhängigkeit der Masse des Sterns, das heißt also große Sterne, mittlere Sterne, kleine Sterne, wie zum Beispiel rote Zwerge. Bei roten Zwergen haben wir eine erstaunlich hohe Anzahl an Gesteinsplaneten, weniger Gasplaneten. Vielleicht liegt es daran, dass nicht genügend flüchtige Gase vorhanden sind und unter anderem auch diese Planeten dann in einem bestimmten Stadium stecken bleiben, nämlich als Gesteinsplanet. Und dann kommt natürlich die große Frage bei der Beobachtung von solchen protoplanetaren Scheiben und unter anderem auch der Analyse, wie wahrscheinlich ist es dann, dass in der habitablen Zone eines Sterns ein Planet entsteht, der so ist wie die Erde. Wasseranteil zum Beispiel ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wie ist die Verteilung von Wasser innerhalb von protoplanetaren Scheiben? Kann man mit dem James Webb untersuchen? Dann Temperatur, Stern, dann Sonnenwind, Aktivitätsstern und so weiter und so fort. Rote Zwerge haben manchmal extreme Ausbrüche. Wie kann man dann dementsprechend auch bei der Beobachtung von solchen protoplanetaren Scheiben sagen, wie wird die weitere Entwicklung eines solchen Sternensystems ablaufen? Und vor allem in welchen Stadien befinden sich die einzelnen protoplanetaren Scheiben? Also das ist ein sehr interessantes Thema, zumindest für mich. Und jetzt könnt ihr mal zählen, wie oft ich protoplanetare Scheibe gesagt habe. Ziemlich oft und ich habe es sogar nicht verhunzt. Das heißt also, das Wort war aus meiner Sicht immer richtig. Kommt auch selten vor. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Ihr findet unten in der Wiederbeschreibung und dann dementsprechend die Links auch zu den Artikeln und dann auch dementsprechend das Bild, was ihr am Anfang gesehen habt. Und ansonsten, schöner Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020